Ja, ich freue mich über ein sehr spannendes, aufschlussreiches Gespräch, was die Roswitha und ich gerade führen durften. Ich glaube, die Essenz, die wir herausgearbeitet haben, ist der Wandel im eigenen Selbstbild, die Öffnung wieder hin zu unserem wahren Selbst, zum göttlichen Bewusstsein und wie das unser Leben beeinflusst, verändert und warum dieser Schritt gerade jetzt so entscheidend und wichtig ist für jeden von uns. Und als kleinen Toröffner auf dieser Reise durften wir auch noch den Pharaonengriff zeigen und ich konnte den nochmal kurz anregen, wie man eben mit einem sehr einfachen Griff aus den Heilströmen auch sich selbst unterstützen kann.